Hi Leute, ich bin gerade am Holz machen und habe etwas Interessantes entdeckt und zwar einen wahnsinnigen Riesenfalter, den möchte ich euch mal zeigen. Schauen wir mal kurz an. Als Apparat wollen wir Makroaufnahmen machen. Ich schätze mal wird ungefähr sechs Zentimeter lang sein. Fällt fast nicht auf aus dem Holz. Fällt fast nicht auf dem Holz. Fällt fast nicht auf dem Holz. Falls sich jemand von euch mal damit auskennt, könnt ihr mir mal schreiben, wie diese Gattung von Tier heißt. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Musik 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 Das war's. Das war's.